So, und jetzt mach mal die Augen zu und fühl. Was ist das? Es ist weich, es ist nass und wenn es runterfällt, macht es Platsch. Ja, Platsch, das tolle neue Spielzeug mit dem nassen Lappen, der Platsch macht, wenn er runterfällt. Das ist ein echt tolles Spielzeug für uns Kinder. Ja, toll. Platsch, der nasse Lappen, der Platsch macht, wenn er runterfällt. Jetzt mit Platsch Wasserflasche zum Nachnässen für nur 1999 in Ihrem Shopping-Markt. Und jetzt mit Platsch Wasserflasche zum Nachnässen.